Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Ausbreitung des Zwielichts anzunehmen bei Galen, im Schattenhochland an dieser Stelle. Vor Quest VAR verteidigt das Refugium. Und dann geht es in diese Richtung. Wir sollen zählen. Sonst will ich deine Wingmenge töten. Okay, wie sehen die aus? Wo sind die? Schaut mal, diese Mopsie zählen man dazu. Ich brauche die Map, das ist das Questgebiet. 12 von diesen Gegnern darf man töten. Zählt auch dazu, zählt auch dazu. Ich werde jetzt gleich eine kurze Unterbrechung machen. Und mich wieder bei euch melden, sobald ich alle Mobs zusammen habe. Denn es ist ja immer dasselbe jetzt. Passiert nichts wirklich überraschendes Map. Questgebiet habt ihr gesehen auf der Map. Ich würde mal sagen, nicht wegschalten. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Da bin ich wieder. Hab alle Mobs zusammen. Quest ist dann abzugeben bei Galen, im Schattenhochland an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.